So, dann mal gucken, wie sich gleich die Auflösung verändern wird. Mal eben im Stream gucken, da sieht alles gut aus. Alles klar, dann legen wir jetzt los, Kollegen. So, mal gucken, was habe ich zuletzt gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe das zuletzt im Februar mit dem Danny gespielt. Aka Eddymail. So, mal gucken. Ja, da sind noch LKWs unterwegs. So, dann gehen wir doch, heute ist Montag. Wir gehen jetzt erstmal in den Aufzug rein. Humpeln erstmal zum Personalchef, weil ich ja missen möchte, wer krank ist. Mir liegt heute eine Krankmeldung vor. Ja gut, dann sag mal, wer ist krank. Okay, der Manager hat noch nicht Putzvon eingestellt. Wir haben erstmal nur vier, ist in Ordnung. So, Personal, komm, sag mal, wer ist arbeitszeitentlassen? Nein, ich möchte mal eben... Hüppel, Kempe, Alberg, Weiß. Wer ist krank? Grober krank. Okay. Dolle, Bente, Passmann. Okay, zurück. So, da ich mir natürlich das letzte Video nicht angesehen habe, aus dem Let's Play, deswegen weiß ich gerade auch nicht, was wir jetzt gemacht hatten. Deswegen, wer das noch weiß, sofort in den Chat schreiben, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich bin immer noch der Einzige, so wie es aussieht. Gut, dann gehen wir ab ins Büro, beam uns da hin. Hui! Ich finde das noch göttlich. So, dann gucken wir mal. Tanklasten. Ähm, hm, Hinweis. 26 FE haben wir frei. Örtöl muss bis zum 20. Unsere Firma schenkt Ihnen Vertrauen, sodass Sie diesen Auftrag von uns erhalten. Wir bitten um Seriales Erledigung. Wir bitten um Auftragsbestätigung bis 16 Uhr. Ich würde sagen, können wir registrieren erstmal alles und dann gucken wir meinem Computer nach. Wo willst du unten hin bis morgen? 9 FE Steaks. Das wird doch wahrscheinlich Kühlung sein. Haben wir 0 FE. Das ist Rinder KG. Moment, Rinder KG war eines von unseren Stammkunden. Hm, bis morgen um 14 Uhr. Mal gucken wir mal. Nehme ich trotzdem an erstmal. Gartenstühle, da könnten wir unseren Kleintransporter losschicken. Das können wir registrieren bis morgen. Das geht in Ordnung. Dann Puppen, 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 Puppen. Auch Kleintransporter. 15 FE, ja, ich glaube wir haben in den letzten Folgen ein bisschen eingekauft. Mache ich auch mal. Gartenstühle. Oh je, jetzt geht es aber los bis morgen. Himmelholz ist auch an unseren Stammkunden. Ritsche haben wir aber genug noch, sehe ich gerade. Registrieren wir mal. Auch wenn sich wieder 3000 Mann den Kopf zusammenschlagen werden. Die Hand vom Kopf meine ich. Blumen, wahrscheinlich wieder klar. Container haben wir. Kaptein, 52. Das wird dann schon ein bisschen haarig. Das ist Frost und Kuh. Haha. Gehe ich erstmal zurück. Bis zum 19. Sandstrahler, 52 FE. Wie viel Tieflader haben wir denn? Okay, es geht. 8000. Heidewitzka. Bis übermorgen. Hinweis. Wir haben 0 FE. Ähm, ja. Erstmal zurück. Rechnung. Registrieren. Auch registrieren. So, die lassen wir mal da. Containersattelzug meldet seine Rückhand. Transporter ist zurück. Tanksattelzug. Kleintransporter. Ja, dann humpeln wir doch mal. Eben nach unten. Beziehungsweise wir... Wartet mal, bevor ich ja Blödsinn baue. So, ich wollte ja was anderes gucken. Rein in den Computer. So. Rechnung. Ich muss jetzt mich erstmal wieder umgewöhnen, weil ich hab da schon seit Februar nicht mehr gezockt. Gucken wir mal. So. Wie war das nochmal? Anfang Saldo will ich gar nicht haben. Ich möchte... Wartet mal eben. Wir sind unbekannt in der Branche. Wartet mal eben. So. Unerledigte... Ah, da ist es ja. Und das wollte ich haben. Bleibt drin. So. Hm-hm. 400... Tjo. alle bestätigen ist noch irgendwas unterwegs fährt richtung bonn den gebe ich mal den auftrag kommen versichern versichere ich mal eben so fährt eine stunde ist in ham am 17 also heute noch blumen ab dafür kriegt er gefaxt da liegen keine aufträge vor und ich würde sagen dann huschen war erst mal runter in den fuhrpark gucken welche ich also da sind heute ist der 17 der erste 94 so gucken wir mit auftrag wir müssen morgen da sein dann würde ich sagen wir fangen erst mal mit dem zum 18 an den großen hier auftragen ja nee ist klar wechsel mal den lkw gliederzug null einlänger prütschen war nicht vorhanden einigen hat er keinen ich habe mir keinen anlänger geholt dann sind wir den nächsten dann haben wir kein mehr ok dann müssen wir den sattelzug nehmen akzeptieren endlich darf auch mal endlich fahren so den nächsten bitte nehmen die tieflader akzeptieren und weg da kommt der camp ran und abfahren das ding versichere ich mal versenden mit auftrag da können nämlich die kleinen prütschen ran so da nehmen wir den kleintransporter akzeptieren darf der rusch mal die kleinwagen gefahren mit auftrag lkw wechseln da wieder akzeptieren dolle versenden so was haben wir jetzt noch im angebot nehmen wir mal lkw art wechseln haben wir jetzt gerade keine nehmen wir den hier zack ab mit dem koch jo was haben wir jetzt noch im angebot kühlung mal gucken wer ist noch unterwegs fuhrpark bestand kühlwiederzug fährt einer nach bonn tank fährt nach bonn oder der hat einen fax telefonier kein fax ok gut aber jetzt um 13 uhr das heißt dann können wir nachher nochmal kleintransporter kühlwieder was haben wir noch im angebot was hat der rin sagt der zug was hast du als anhänger hat gartenstühle hat blumen was ist der mit dem sandstrahler hat puppen fährt ohne auftrag der fährt von willfeld nach bonn hat einen fax steaks ok gut alles klar laptop verloschen das ding muss bis zum 19 da sein bis wann muss der der muss bis zum 18 naja für den habe ich kein lkw da müssen wir zum fax hochrennen nein lkw an faxen ähm du bist kühl so nehmen wir den der muss bis morgen da sein faxen der fährt puppen nach münster der fährt nach hamann ansonsten haben wir nix ausgang tanklatzzug ist da so jetzt gehen wir hier rein das bist du ein kackten muss bis morgen wir haben einen container ok kanälenhinweis wir haben keine kühlfracht südsee kommen alle rechnungen den lassen wir noch hier mein containergliederzug ist da so ab nach unten wieder na ich sehe gerade alle zwei mann die bin ich selber ich habe auch gerade noch einen dritten gesehen aber der hat sich nicht getraut hallo zu sagen kenne ich so das mache ich auch immer ich traue mich auch nie im real life bin ich ein ganz schüchterner so zack komm container warte mal wir haben einen anderen lkw da mik 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 sattelzug akzeptieren bierne ne bierne darf nicht bente darf mal husch weg husch wir haben keiner da ist in Ordnung dann müssen wir jetzt ein bisschen warten Hush, hush. Hush, hush, hush. Aber irgendwas hatten wir gehabt. Warte mal. Ich gehe gleich nochmal zum zum Schlappi, weil zum Schlappi da hatten wir auch noch was gehabt. Da haben wir noch ein paar Mann gekündigt, wenn ich mich nicht täusche. Warte mal. Hat Ali eher. Wer hat denn das wohl? Der ist krank bis zum 24. Da hat doch einer gekündigt gehabt. Der Manager hat gekündigt. Wenn ich... Das wird aber nicht angezeigt. Okay. Der gekündigte. Wollte sagen. Der Manager hat gekündigt. Zum 20.01., also zu übermorgen. Ne, Quatsch. Morgen, übermorgen, überübermorgen. Okay. Telefonistin hat zum 26. gekündigt. Ja, klar. Das hat man ja in den letzten Aufnahmen gehabt. So, dann gehe ich mal eben hier zwischen. Was haben wir denn? Heizöl, 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 Heizöl. Da können wir heizen. Brenner AG. Gartenstühle schon wieder oder noch immer? Nicht schon wieder. Hinweis, wir haben einen Container. Okay. Können wir schon mal... Das geht bis übermorgen. Ah, der ist gerade zurückgekehrt. Okay, Container ist zurück. Dann können wir jetzt mal bestätigen. Alle bestätigen LKW an Faxen. Der fährt schon Öl, Erdöl. Bis am 18. können wir... Faxen. Fax, Fax. Nicht Hex, Hex, Fax, Fax. Container, wartet mal eben bis zum... Kann er haben. Kann er auch haben. So, und dann... Der fährt nach Münster. Der fährt seine Kakteen. Okay. Dann muss ich mal gucken. Wir hatten nämlich irgendeinen LKW gehabt, der, glaube ich, noch in eine Inspektion rein muss. Da war doch was. Irgendwas, glaube ich... Ach, irgendein Container, glaube ich. Jetzt fällt es doch gerade wieder ein. Wann mal gucken, war der das? Nee, der wartet nicht. Der wartet auch nicht. Autsch, der muss... Der muss... In die Werkstatt. Warte mal eben. Der geht aber... Der geht rein. Ja. So. Schön, dass Sie reinschauen. Ist ja... Ist schön, ne? So, was haben wir denn hier? Benötigt Reparatur? Hoch. Komm, mach mal einen Ölwechsel. Und eine Inspektion. Bremsen. In Ordnung. Motor in Ordnung. Kupplung ist auch in Ordnung. Bis morgen. Okay. So, und was mir jetzt gerade auch erffällt, da hat... Ich weiß nicht mal, wer es geschrieben hat. In den Kommentaren. Aber das ist mir auch nicht aufgefallen, weil... Ich hab mal gedacht, das wäre hier ja abgegrenzt, hier unten. Aber wenn man hier genau hinguckt... Da wird eine größere Halle angedeutet. Also kann das sein, dass das schon ein größeres Ding ist. Dass man hier mehrere LKWs reinfahren kann. Aber das ist im Spiel leider nicht umgesetzt worden. So, da ist eine Inspektion. Gucken, wie sagt der Chat? Ich bin immer noch der Einzige. Gucken, geht was zum Versenden? Wir haben keinen LKW. So, warte mal. Was sagten die Tilt-Schöne? Skandalös. Neuer Bestichungsskandal in der Regierung. Der Innenminister tritt wahrscheinlich zurück. Wirtschaftslage. Die wirtschaftliche Lage ist zur Zeit sehr schlecht. Normalart Fracht. Ich würde sagen, machen wir ein bisschen Pritsche. Annoncieren. So, aber diesmal war ich nicht richtig. Dann haben wir Fracht. Dann haben wir Tankkammer ein bisschen. Anoncieren. Anoncieren.